Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lies of P. Wir sind hier in der Mühle unterwegs, haben das letzte Mal den Feuerfuzzi da besiegt. Der scheinbar verantwortlich war, dass er die Produktion voll anlaufen lassen hat, um eine Armee aufzustellen. Ah, verdammt, ich hab die ganzen Sehnen vom Boss, ne? Ich bin ganz so schlau, okay. 7410, die bin ich für geil, ähm. Ich hab auch nichts aus, gut so aus, als ob da eine Lücke wäre. Ja. Sehr schön. Gut, konsequent hier durchgekommen. Wer steckt am Mondstein? Vielleicht ist es schlauer hier über die Lighthouse. Okay. 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 Oh! jetzt haben wir denn noch so werfbares jetzt so so Hmmmm... Hmmmm... ich werde nie angerufen außer wenn ich aufnehmen ist unglaublich 8700 zählen jetzt schon ich stelle mich hier an eigentlich ist es den boss schaffe ich nach drei versuchen und hier bei den normalen gegnern da versage ich dann so lang und klanglos das nächste mal wenn wir im hotel sind müssen wir uns denkt mal wieder so ein paar zahnräder und zweck holen so sehr schön so Das war's. Das war's. Das war's. So, und jetzt kommt der wieder. Das ist schlecht. Das war's. Nein. Nein. Mann. Jetzt finde ich mich fertig, mir zu anstellen. Mann, Mann, Mann. Jetzt höre ich echt bald meine Seelen und laufe zurück. Aber du musst ja eigentlich irgendwann jetzt mal das nächste Ding kommen. Ich will eigentlich gar nicht so viel farmen. So, wieder hier. Ja. 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 Jetzt komm, du blödes Vieh. Jetzt, wieso kann ich denn nie blödes? Ich schlipp aus mit dem. Ist doch unglaublich. 15 Minuten, immer das gleiche. Also ich schlipp echt aus mit dem. Hm, nochmal, okay. Du hättest mir jetzt gedacht, jetzt hätte ich es dir installiert, glaube ich. Dann direkt hinter dem ist der nächste Star, also das ist doch echt ein Witz. Okay. 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 ... und superiorer Puppe. Als Puppe. Was kaufen? Für eine Waffe verändert. So, das sind diese Griffdinger. Gewicht, Hütterung. Mhm. Mhm. Herr, das sind die meisten von mir gehoben. Sie sind also in meinen Erholzci. Sieglie Quenigli. Sieglie Quenigung, Herr Gegenwart. Sieglie Quenigli. Und in der Moment. Sieglie Quenigli. Segenfalls, Sieglie Quenigli. Herr, Sieglie Quenigli. Wanns W salir? Sieglie Quenigli. Ja. Just two of the many names I've collected in my three decades here on Earth. While I sincerely believe meeting Venigni is its own reward, I have not rewarded you in the more traditional manner. Please, take this. My newest prototype. It'll be safe with you. It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder. I hope you'll put it to good use. Schleifer-Modifizierungswerkzeug. Du kannst bei Venigni oder an einem Stargazer einen speziellen Schleifstein auf einen Schleifer ausrüsten. Es gibt verschiedene Arten von speziellen Schleifsteinen, die deine Waffe unterschiedliche Effekte verleihen. Du kannst den Effekt eines speziellen Schleifsteins nur einmal im Kampf verwenden. Lädt sich allerdings wieder auf, wenn du einen Stargazer besuchst oder dich dort wiederbelebst. Dann haben meine Augen mich nicht überrascht. Schleifer-Modifizierungswerk. I never imagined I'd actually see it again, and in the flesh, so to speak. I just designed it, set it aside, and never got back to it. Genius and acclaim can keep one quite preoccupied, I'm afraid. You are really interested in the arm, I see. Then, my friend, you shall have it. It just needs a few mechanical adjustments to fit your, um, particular needs. And frankly, this design is almost child's play to me now, so let's start by making it a bit stronger, shall we? I will also add what we brilliant inventors call, modularity. That means it will be much easier to improve and repair, since you'll be able to use commonly found parts. You might say this arm's new abilities are, uh, legion. No? Too much? It was too much. I always welcome friends. Of course you're curious. Pulcinella has been restored, thanks to you. In a small way. Mostly it was me, but, um, you know, genius never rests. Except for beauty rest. Pulcinella isn't just my butler. He's my family. The only one I have left, really. I won't forget what you've done for us. If you ever need anything, or find yourself in a spot of trouble, call on your friend Venigni. I always welcome... No one, not even I, know what started the puppet frenzy. Why? That day of all days? Ah, it was horrible. A violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all time. And it was never supposed to happen again. I made sure of it. Designed a few special parts to ensure they'd remain loyal. Puppet armies do not arise by chance. There was intent behind this. I don't want to leap to conclusions, but the only one I know with that kind of power is the king of puppets himself. I... We... need to learn how this happened. Okay. Amatsa, that is one slick prototype. You think it's a tram for... crickets? Felicitous salutations, my friends. My name is Signor Lorenzini Venigni. No doubt my reputation precedes me. I come to you with only the most peaceful intentions, and as a true friend of Krat. Behold, Venigni walks, where we will honor the city of Krat's history while forging her brilliant future. When I broke ground on this place, we broke ground. I certainly didn't do it all personally. This was a simply empty space. A blank canvas. But in the hands of a maestro, it became a work of art. All my life, from boyhood to this very day, I have been derided for my, let's say, single-minded focus on a lifelong obsession with building animated, automatic, autonomous automata. But today, just look before you. Venigni works, is ready to start building the future. Krat's golden era, is waiting to be built. A dream of the future we can only create together. Help me make this future come true. Join us, for this moment in history will happen only once. Join Venigni, your friend for life. Mm-hmm. A dream of the future. Mm-hmm. 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 So, we'll make it stronger. Okay. So, we'll make it now not often here. Und dann nehmen wir ihn. Also wir können Puppen töten. Aber nicht töten. Na gut zu wissen. Ich weiß nicht ob wir schon wieder Quarz haben. Ich habe keine Ahnung wo ich sehe, ob ich Quarz habe. Also ich gehe davon aus, dass wir keinen haben. Reden wir sie dann auch schon wieder. Ich kann Ergö. They call me a listener Because I can hear Ergo I inherited the power from my mother Who hated it Called it the devil's power So I kept it a secret That I could talk to puppets Now you are the only one My voice reaches So I beg you Please save Crot Okay Dann war es das mit dem Part Von Let's play Lies of Pi Wir haben hier übrigens Dem sein Zeug bekommen Oben rum hätten wir jetzt auch Die Maske bekommen Das ist halt alles so Hässlich Will ich nicht anziehen Also das war es mit dem Part Vielen Dank fürs Zusehen Macht's gut bis zum nächsten Mal Tschüssi